Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der Freitag, der 4. Mai 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 366 und ich habe heute die folgenden Themen mit für euch dabei. Siri, iPads, AirPods, Cambridge Analytica, Lumos, Smartbike, 20 Millionen Konten und Google Assistant. Beginnen wir mit Siri und zwar Siri in iOS 11.4. Der schlaue Hörer und aufmerksame Hörer hat sicherlich bemerkt, erst gerade gestern oder vorgestern haben wir auf 11.3.1 abgedatet. Somit ist es noch ein bisschen in näherer Zukunft oder in weiterer Zukunft. Ab Sommer soll es ja dann soweit sein, zumindest mit den ersten Vorstellungen. Da kommt ein bisschen mehr Siri in den HomePod. Was genau da dazu gehört, ist unter anderem Features, die eben schon beim HomePod-Vorstellung uns zugesichert wurden und vorgestellt wurden. Zwei Geräte zu pairen und so weiter, solche Geschichten. Die sollen aktuell stark getestet werden in Betas, respektive wer Betas installiert hat, der kann damit schon ein bisschen rumspielen. Musik auf unterschiedlichen Speakern wiedergeben etc. Solche Geschichten. Somit dürfen wir gespannt sein, wenn ihr schon so einen Speaker habt. Ansonsten dürft ihr noch ein bisschen sparen, bis im Sommer soweit ist und dann auf das neue Gerät setzen, wenn es dann fertig ist. Oder ein bisschen weiter ist zumindest. Es gibt neue Zahlen zu Tablets. Der Tablet-Markt ist stark am Schrumpfen. Einzig Apple und Huawei sind am Wachsen. Bei Huawei waren es, glaube ich, etwas um die 13%. Bei Apple ist es seit Mitte letzten Jahres das erste Mal, dass es wieder nach vorne geht mit den Tablet-Verkäufen. Ansonsten, Samsung stürzt ziemlich zurück. Da gab es auch in letzter Zeit nichts Neues. Bei Huawei gab es zumindest zwei neue Modelle im letzten halben Jahr. Und bei Apple ist natürlich der neue günstige, der da ein bisschen mitziehen wird. Und sicherlich auch die Pro-Modelle, die in diesem Jahr, und da bin ich drauf gespannt, einen neuen Update bekommen werden mit hoffentlich iPhone X-ähnlichen Features wie Face ID etc. Da würde ich mich drauf freuen und dann nach langer, langer Zeit auch wieder mal ein iPad mir in den Warenkorb klicken und eventuell dann auch kaufen. Was ich mir auch wieder kaufen darf, sind die AirPods, denn meine wurden geklaut verloren gegangen, wie man das nennen möchte, als ich im Spital, also im Krankenhaus war. Und ja, hatte ich einfach nur noch einen im Ohr. Das Case und das zweite Teilchen ist weg, auch nicht mehr auffindbar, also nicht mehr online. Bin mal gespannt, ob es wirklich im Abfall gelandet ist oder eben geklaut worden. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt nachbestellen möchte, anscheinend die, ja, wie sagt man so schön, die Lager sind leer. Ich darf lange warten. Ich bin gespannt, ich werde in den nächsten Tagen mal reinklicken und mich informieren, wie lange, dass ich warten darf. Wenn es dann zu lange ist, werde ich dann halt einfach in einen sauren Apfel beißen und bis den Herbst auf die neuen Modelle warten. Obwohl, dann darf man auch wieder lange warten. Mist. Immer dieses Warten bei Gadgets. Cambridge Analytica, eine Firma, die in letzter Zeit sehr viel in den Medien war und auch bei uns ein Thema war. In den News-Kanal, also im News-Podcast, aber natürlich auch hier in der Daily, die sind insolvent. Da ist kein Geld mehr vorhanden, die sind bankrott gegangen, unter anderem wegen den ganzen Vorwürfen und logischerweise dem Drumherum. Es ist aber so, wie es ausschaut, so, dass ein Teil, zumindest der Mitarbeiter und somit sicherlich auch das Know-how in weitere Firmen aufgehen wird und somit, ja, das weitere Treiben, das Treiben weitergeht. Und da ist ja Cambridge Analytica nicht die einzige Firma, die auf solche unschönen Dinge setzt. Aber ja, gehen wir weiter mit einem Gadget. Das Lumos Smart Bike haben wir euch mal im Battery Bike respektive im lebesmart.ch-blog vorgestellt. Das ist ein Helm, der hinten mit LEDs versetzt ist, der zum einen Bremsen anzeigt, oder besser gesagt, leuchtet nach hinten, nicht die Bremsen anzeigt, nach hinten leuchtet, aber auch nach links und rechts blinken kann, wenn ihr abbiegt. Das Ganze passiert über eine Fernbedienung, die ihr euch vorne am Lenker vom Fahrrad befestigen könnt. Mittlerweile gibt es aber auch eine Apple Watch App, die man damit verknüpfen kann und ihr nachher mit Gestensteuerung das Ganze steuern könnt. Das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Es klingt auf jeden Fall spannend. Obwohl, das wird noch einen Weichen dauern, bis ich mit meiner Schulter wieder Velo fahren kann. Wenn Firmen Daten verlieren, ist das ziemlich hässlich und unschön. Für das gibt es ja Backup. Es gibt aber Orte, da kann man kein eigenes Backup machen oder nicht wirklich oder keines, das verhebt, im Sinne von, wenn eine Bank, sagen wir mal einfach so, 20 Millionen Konten oder die Daten von 20 Millionen Konten und 12 Millionen Kunden einfach so verliert. Und zwar ist das Geschehen in Sydney, der 21 grössten Bank weltweit, also nichts was Kleines. Die haben einfach so mal die Daten von 2004 bis 2014 von den Kunden verloren. Das sind Kontenbewegungen, Adressen, Kontonummern etc. Ziemlich unschön. Das Unschönste daran ist, man hat zwar die Behörden informiert über das Ganze, aber die Kunden nicht. Das Ganze ist erst jetzt im Jahre 2018 aufgetaucht. Sehr, sehr unschön und somit Geld unter das Kopfkissen. Oder wie geht das? Auch keine Lösung. Nee. Google Assistant, das ist ja wie Alexa bei Amazon und Siri bei Apple, der schlaue Assistent, den man auf Google Phones, also auf Android Phones drauf hat und auf diversen anderen Geräten natürlich auch mittlerweile drin hat. Und zu Beginn des Jahres an der CES hat Google noch verlauten lassen, dass man 1500 Geräte unterstützt. Also eigentlich noch relativ überblickbar. Jetzt, fünf Monate später, sind es schon 5000. Das sind Kameras, also IP-Kameras, Geschirrspüler, Türklingen, Trockner, Leuchtenstecker, also Steckdosen, Thermostate, Sicherheitssysteme, Schalter, Staubsauger, Waschmaschinen, Ventilatoren, Schlösser, Sensoren, Heizungen, Klimalagen, Luftreiniger und Kühlschränke sowie Öfen, die mittlerweile über die Schnittstelle von eurem Smartphone, von eurem Wearable oder von wo auch immer aus, von eurem smarten Speaker mit eben anderen Geräten und euch kommunizieren können. Die schöne, vernetzte neue Welt. Nutzt ihr den Google Assistant auf Android-Basis gerne via Kommentare oder über Social Media an unsere Stelle. Da bin ich echt gespannt darauf. Und das waren es auch schon, die ganzen Themen, die ich heute für euch bereit habe. Es ist Freitag, wie anfangs angekündigt. Das heisst, ein Tag und dann geht es ab ins Wochenende. Die meisten von euch werden sicherlich das Wochenende frei haben und geniessen können. Ich wünsche euch ein wunderschön und vor allem erholsames Wochenende. All diejenigen, die für uns arbeiten gehen, einen erfolgreichen Tag und dass das Wochenende schnell durchgeht. In diesem Sinne, euer Pogipsi und bis bald. Ach ja, nächste Woche bin ich nochmals da, da der Achim mich ja eine Woche vorher vertreten hat, als er an der, oder wo er jetzt an der Republika war. Genau, so rum geht das Ganze. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und wir hören uns wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.